Hallo, grüß euch! Ich mache jetzt gerade schnell mit dem Darmamix Baguette Brötchen. Und zwar habe ich hier 120 Milliliter Milch und 200 Milliliter Wasser. Da tun wir jetzt einen halben Löffel Hefe dazu. Und das tue ich jetzt im Darmamix 2 Minuten auf 37 Grad, Stufe 1. Und dann hat die Hefe sich aufgelöst und hat die ideale Temperatur. Also 2 Minuten, 37 Grad, Stufe 1 und dann sehen wir uns wieder. So, da bin ich schon wieder. Ich hoffe, ihr seht mich heute gut, weil wieder so die Sonne reinblendet. 500 Gramm Weizenmehl. Übrigens wollte ich jetzt einmal sagen, wenn jemand Probleme hat mit dem Weizenmehl, man kann alles eins zu eins auf Dinkelmehl. Wenn jemand lieber Dinkelmehl macht, macht ihr es mit Dinkelmehl. Kein Problem. Dann haben wir Salz, einen Esslöffel Salz und einen Kaffeelöffel Öl. Damit will ich euch zeigen, wie einfach das Brotbacken geht. Es geht von Haus aus sehr einfach, aber mit dem Darmamix geht es noch viel einfacher. Ihr wisst, ich mag das eigentlich nicht so gern, weil nicht jeder einen Darmamix hat. Aber es haben jetzt schon relativ viele einen Darmamix und ich finde das einfach zum Brotbacken ein Traum. Geht natürlich selbstverständlich auch in der KitchenAid oder die braucht keinen Namen haben, Bosch irgendwas, Krüchenmaschine, geht das natürlich auch. Es ist einfach alles ein bisschen mühsamer. Da braucht man sich um nichts kümmern, als wir die Zutaten reinschütten. Ich lasse ihn jetzt 2 Minuten kneten und lasse ihn einfach drinnen im Topf zu und lasse ihn einfach drinnen gehen. So lange, bis er mindestens die doppelte Menge hat. Ich vermute, dass das beim Darmamix bis zum Deckelwand ist. Und dann bin ich wieder bei euch. Dann machen wir zusammen die kleinen Baguettebrötchen. Für euch dabei. So, der Tag ist schön aufgegangen. Wenn man ihn außertun aus dem Darmamix, tue ich ihn immer so zusammenlegen. So, so und so. Und dann machen wir so eine Rolle. Ich tue die Hände mehlig machen und da ein bisschen Mehl auf ihn holen mit den mehligen Händen raus. Und dann drehen ihn um und drehen unten so und dann geht das eigentlich wunderbar. Und jetzt machen wir so. Schauen wir mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Immer ein bisschen Mehl. Er ist ideal, weil er piekt ein bisschen. Und das ist beim Baguettebrötchen einfach ideal. Ich tue es immer so unten ein bisschen zusammen, dass unten der Verschluss ist. Und dann tue ich es rund schleifen und dann mache ich so ein Baguettebrötchen. Wer das Blech jetzt nicht hat, tue es einfach auf ein normales Blech ein Papier dran. Beim Rund schleifen darf er kein Mehl oben sein, weil sonst funktioniert es nicht. Aber wer meine Video kennt, der weiß das eh schon. Das ist jetzt gar ein bisschen eckig. Da muss ich ein bisschen Mehl auf ihn tun. Aber wie gesagt, beim Rund schleifen. Und dann machen wir so ein Baguettebrötchen. Ich mache jetzt alles so. Dann decke ich sie noch ungefähr so 15 Minuten zu. Nach 15 Minuten schalte ich das Baguette rein. So 210 Heißluft, aber das schreibe ich genau rein. Und dann, bevor ich es rein tue, tue ich es mit einem scharfen Messer zweimal einschneiden. Ganz leicht mit Mehl bestäuben und ein bisschen mit Wasser besprühen. Und dann tue ich sie ins Reil. Und dann lasse ich sie knusprig auspachsen. Das ist alles gewesen. Meine Baguettebrötchen. Ich zeige es euch natürlich, wenn sie fertig sind. Vielen Dank fürs Zuschauen. Heute ist wieder ein wunderschöner Tag zwischene. Vielen, vielen Dank für die ganz, 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 ganz netten Kommentare. Ich freue mich über alle Kommentare. Auch einmal über ein nicht so schönes Kommentar. Oder einmal eine Kritik. Das vertrage ich ganz leicht. Weil ich bin immer froh. Ich bin perfekt. Wenn mir jemand noch einen guten Trick sagt. Danke für das. Vielen, vielen Dank. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Viertag. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.